Das sind die Top 5 der besten Skill Races, die wir jemals gemacht haben. Ihr werdet heute die lustigsten, spannendsten und extremsten Rennen in GTA 5 sehen. Schau auf jeden Fall bis zum Ende, denn das willst du nicht verpassen. Los geht's! Yo Leute, Kramix hier, was geht ab mit Paul Berger? Heute gibt es mal Fall Guys in GTA 5. Und heute mit dabei IDZOK und Obrox. Was geht ab, Leute? Was geht, Leute? Oh shit, Leute. Und zwar, ihr habt es schon richtig mitbekommen, wir spielen hier einfach solche Fall Guys Maps. Aber in GTA 5, oh mein Gott, das ist hier schweig. Oh mein Gott, da sind Bohnenkugeln. Dracked aus, Digga, Alter. Okay, 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 ich bin auf der 1, Leute, so muss das sein. So, was kriegt der Gewinner heute? Was gibt's für den? Was der Gewinner kriegt, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, lass einfach um 100 Euro. 100 Euro einfach. Okay, okay. Der 1er schon 1er Platz, der kommt einfach gar nicht hinterher hier. Oh mein Gott, Alter, Max kriegt sich weit vorne. Einfach weil ich Profi bin und GTA-Profi bin. Das ist einfach mein Game hier. Abarten, Digga, abarten. Jo. Ja. Hau rein, Digga, war's gut. Ey, das ist einfach Brox auf der 1, Leute. Ey, und das Windschatten von mir. Geh weg. Ja, ich krieg mies deinen Windschatten. Okay, yeah, let's go, let's go, let's go. Okay. Wir fahren einfach um die Kurve, schön um die Kurve. Oh, die hab ich besser genommen, die hab ich besser genommen. Nein. So. Komm, hinterher, komm hinterher. Alter. Gönne mal ein bisschen Windschatten, Brudi. Nee, 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 nicht mit mir. Nicht mit, oh. Nicht mit mir, Digga. Nein, oh mein Gott, das kommt ja rein. Let's go. Nein, nein. Ja, okay, auf Platz 3, Digga. Nein. Ja, Alter, das ist passiert. Haha, Digga. Alle Fallen runter, Digga, was ist das? Ey, nicht schon wieder. Also Brox ist schon wieder runtergefallen. Komm, jetzt lasst uns einrollen. Nein. Oh nein. Ey, das ist das hier aus Fallgeist, dieses Zehenspitzen. Ja, Mist. Nein, nein. Zehenspitzen. Nein, Mann, das ist voll schwer, Digga. Oh, man muss richtig langsam hochfahren, ne? Ey, ich geh einfach so schnell ran. Vorsichtig. Das ist dieses Zehenspitzen-mäßige hier aus Fallgeist, Leute. Ihr kennt das auch. Ja, okay, Checkpoint. Kann man hier auch absteigen? Ne, kann man leider nicht. Ui, 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 ui. Okay, Checkpoint, Checkpoint, Checkpoint. Ey, Brox, hör auf zu kaputieren, Digga. Ey, Bowlingkugeln fallen hier runter, Digga. Ey, hinter uns, ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hinter uns fallen Bowlingkugeln runter. Oh Gott, Digga, jetzt müssen wir irgendwie da durchfahren oder so. So, warte, wir sind wieder auf der 1. Holy moly, McIlroy war richtig Fallgeist. Das ist so nice. Einfach das 100% Fallgeist, Leute. So, jetzt bin ich direkt hinter Max, Leute. Oh, was geht denn jetzt hier ab? Pass mal auf. Alter. Brox, hinter dir. Oh, das ist der Mixer-Tunnel hier. Ich merke schon. Alter. Alter, mein Kopf. Okay, okay, flawless, Leute. Floorless durch. Kein Ding für den King. Es dringt sich einfach alles. Ey, was ist das denn hier? Hä? Hä? No. Dankeschön. Hau rein. Okay, test mal. Test mal, Brox. Okay, Digga, add Wallhack. Oh, nein. Nein, da war eine Wand. Oh mein Gott, nochmal. Nein. Ja, ja, ja. Testet mal schön aus für mich. Genau. Oh, nein. Nice, Digga, ey. Die Bohlenkugel ist direkt auf mich drauf geflogen. Richtig Nostalgie einfach mit den Jungs-GTA, Leute. Alter. Das war ein Übelbock. Okay, komm. Und hier nochmal schön die Kurve. So. Die Kurve. Die nehmen wir auch noch mit. So, komm, komm, komm. Ey, wie lange geht dieses Jahr? Wie machst du Kartikrat einfach um die Kurve? Ich bin direkt hinter dir. Nein, nein, nein. Er darf jetzt nicht meinen Windschatten zuhören, Leute. Ich bin Windschatten noch zu uns. Digga. Er darf nicht den Windschatten ziehen. Wie klein die aussieht. Come on, come on, come on, come on, come on. Er ist wirklich direkt hinter mir. Er ist wirklich direkt hinter mir, aber ich will auf die Eins, Digga. Oh, shit. Das Ziel ist da schon. Nein. Was passt denn hier? Man muss hier Wall-Ride machen. Ich bin runtergefallen. Nein, ich bin auch runtergefallen. Nein. Ey, ich fall schon wieder runtergefallen. Bei mir läuft, Digga. Bei mir läuft, bei mir läuft, bei mir läuft, bei mir läuft. Digga, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Und wir sind im Ziel, Leute. Weißt du was? Ich warte hier einfach. Nein. Ich bin im Ziel, eins, Leute. Ja, okay, zweiter Platz dann. Ich hoffe, einer von euch kriegt hier ein F. Nein, Alter, nein, komm. Ich will eine Revanche. Ich will eine Revanche. So, Leute, ab geht's in die zweite Runde von Fallgeist, meine Freunde. In GTA 5 natürlich. Brr. Und, hä? Hä? Wie sieht mein Genackt aus? Digga. Warum hab ich so Hände? Was ist mit meinen Händen los? No, Alter. Das war bei euch auch gerade. Wo sind denn unsere Fahrräder? Äh, ich war... Hä? Hä? Was ist das denn? Ey! Ey! Hahaha, Digga. Was war das denn gerade? Was ist das denn? Voll, Fallgeist. Nein, Max ist vorne. Ah, nein, guck mal. Da vorne gibt's gleich ein Auto. Das ist auch dieser Türenlauf hier. Guck mal, das ist wie bei vorgeist, dieser Türenlauf. Jawohl. Und Jump. Okay, okay, wir sind super. Und Jump. Ich glaub, ich komm zu spät. Ja, genau. Ja, Arroa, geil, Digga. Okay, 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 okay. Komm, wir müssen uns beeilen, weil jetzt gibt's gleich ein Auto. Nice, nice, nice. Ja, stimmt. Man kriegt hier gleich... Hä, wie kommt man denn hier hoch? Hä? Nein, wir haben irgendwas übersehen. Ich glaub, man muss einen bestimmten Punkt suchen, oder? Muss er vielleicht nach unten? Nee, nee, nee. Warte, ich glaub, hier über die Wände. Nee. Nein. Hier vielleicht Raum? Warte, wir müssen, glaub ich... Ja, das müssen wir machen. Oh mein... Ja, Alter, Digga, wie soll man denn da auf? Die soll auf den Steg hier kommen. Hä? Warte mal. Vielleicht haben wir doch... Oh mein Gott. Kurz, äh, warte, vielleicht geht's ja. Ah! Nein, ey, Jungs, wir sind dumm. Wir sind dumm. Warum? Warum? Wir brauchen die Fußbälle, die am Anfang liegen. Welche... Oder? Oh, nö. Oder? Oder? Ich weiß nicht. Oh, das ist dieses Schieben-Ding. Stimmt. Schau mal den Fußball nach vorne. Wir hätten die schieben müssen. Schieb mal, Brox. Ja, ich bin schon am Start. Rechts, rechts. Ah, Mist, das hab ich nicht gesehen. Das ist dieses Schiebungsspiel hier, ja. Und ich glaub, der Ball, der macht irgendwas frei dann. Das kann sein. Oh Gott, nein, man war alles auf deine Seite. Ich hab's auf unsere Seite gegangen. Ey, wir haben seitengetauscht jetzt. Nein, Max ist vorne. Aber das Ding ist jetzt, wie kriegen wir das jetzt... Also, deswegen kann man doch hier aber noch nicht hochgehen. Ich glaub schon. Doch, doch, du gehst auf die eine Plattform, dann auf den Ball. Und dann auf den Ball. Und den Ball muss man... Dann... Man kann aber nicht auf den Ball. Nein, jetzt hängen die fest, Digga. Jetzt hängen die fest. Das macht gar keinen Sinn. Man kann doch nicht auf den Ball drauf springen. Glaubst du? Wecken? Pass mal auf. Ja, pass auf. Ich probier's mal. Ach, warte, jetzt. Guck mal, wenn du den hier an die Style-Kommission bist. Ja, haut rein, Digga. Haut rein. Oh mein Gott. Oh. Icrymex hat wieder geregelt. Icrymex 3000 in die Kumhof. Ja, und ich schläg jetzt hier. Digga, steh auf, Junge. Sehe, weg bis hin. Ich bin auf dem letzten Platz, oder was hier, ey? Digga, ich komm dir nicht hoch. Hier komm dir nicht hoch. Ich lass mal warten, bis der runterrollt. Ja, komm, mach mal, Eidi. So. So, warte, guck. Oh, rein. Nein. Ey, oh mein Gott, Post. Ey, ich schläge, ey, warum springt der da nicht hoch, Mann? Ey, wo ist der Checkpoint? Ja, ich schnapp von ganz hinten. Ich schnapp von ganz hinten. Er starrt von hinten. Ey. Ja. Ey. Nein. Nein. Er hat den Spider-Man-Move gemacht. Hier, eine Tür ist nur richtig, ne? Oh. Ey. Man muss das hier einfach kaputt machen. Ja, wie der Tür-Modus da, ne? Ich glaub, hier ist richtig. Oh, auch nicht. Nein, 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 oder? Ey, ich hab keine Ahnung. Ey, was ist das denn hier? Nein, links ist richtig, ganz links. Ja, das kann sein. Ja. Ja, 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 ja. Okay, und jetzt ist Mitte. Nein. Oh, nein. Okay, Leute, jetzt als nächstes ist hier Fahrrad. Der, somit hat ein Fernseher auf dem Auto. Nee, jetzt kommen wir, okay. Digga, ich bret da direkt runter. Hä? Echt? Ich kann auch nicht bremsen. Ja, ne? Man muss das ohne Bremsen schaffen. Ehrlich? Ich glaub, L2, R2 war ja Bremsen, aber irgendwie. Ah, nee, ich glaub, das war gerade, weil wir uns gewechselt haben, ne? Ey, Jungs, Jungs, Jungs. Vorsichtig. Jungs, ich mach dich diese. Vorsichtig. Oh mein Gott. Alter. Das ist schlimmer, weil du kannst ja kein Wheelie machen. Nee, nee, sonst kackst du ab, ne? Ja, nein. Wie schafft ihr das denn? Bei mir macht der Emma direkt so dieses übelst schnelle Kickdown. Musst du mal gut abdrehen. Digga, mach doch mal langsam. Digga, ich sag ehrlich. Ey, pass mal auf, ich mach jetzt folgendes. Ich spring da einfach drüber. Das ist schwierig, weil... So, überholt. Ja, hat ja gut funktioniert, Adi. Ey, das hätte fast geklappt. So, ich bin schon mal oben. Alter, wie viel noch kommt bei der Map? Der Trick ist einfach Geduld. Geduld, 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 Geduld. Ja, ich warte bis du kommst, weil ich... Geduld. Hier oben ist einfach nicht mal ein Checkpoint, Digga. Nö. Guck dir mal an, was hier noch gleich alles kommt. Oh mein Gott, das ist ja richtig diese Fingerspitzengefühl, was man hier braucht. Ey, wenn ich jetzt runterfalle. Vorsichtig. Er will immer direkt durchdrehen mit dem Fahrrad. Das hilft mich so. Tipp 1, nochmal an. So, ich hab mein Auto wieder. Auto beste. Auto beste, Leute. Fahrrad fahren ist nicht mein Ding. Ey, Digga, Proxy, wenn du jetzt hier losst, Digga, ich sag's dir, ich werde durchdrehen. So, erzähl mal. Er hat schon wieder einen Fernseher auf dem Auto. Ey, Digga, man kann sich ja nicht mal gegenseitig weg bei uns. Was ist das denn? Oh, Schutzzeit. Okay, komm hinterher, was ist das? Weg mit ihm. Weg mit ihm. Weg mit ihm. Ich hab nur 40 PS, ich komm nicht hoch. Digga, mein Auto ist halt einfach ein... Ich glaub, ich hab's Trick. Ich glaub, man muss so seitlich rückwärts fahren. Ja, Alter, du hast den Trick. Er fällt runter, Digga. Oh ja, das hat aber auch echt gut geklappt. Ey, man kann einfach so hochfahren. Entspannt. Ohne Probleme. Hier geht's weiter. Ey, jetzt hänge ich hier. Was soll denn die Scheiße? Man muss da so über die Rappen brettern. Da kommt er. Oh nein! Ey! Nein! Lass! Du Assi! Weg mit ihm! Oh! Oh! Okay, Jungs, ey. Aus dem Weg! Oh! Aus dem Weg, Eidi! Oh! 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 Vor allem all die Zeug hat hier einfach sein getuntes Auto. Hat er ehrlich? Hab ich? Ja. Aber ich konnte es nicht auswählen. Ach stimmt. Aber am Anfang konnte man... Ja, schade, Digga, dass du einfach mit 1000 PS mehr hast als wir. Ich konnte das ja nicht auswählen. Ich konnte nur die BBX bestimmen. Ja, ja. Ja, ist ja nicht meine Schuld, dass du es nicht gezockt hast. Das ist echt schade, Digga. Dass die Autos nicht gezockt. Nein! Nein! Oh mein Gott! Ich häng an der Kante! Oh nein! Ey, Bruder, was ist das? Ey, Bruder, was ist das? Wie cool ist das? Das Logo da hinten. Ey, jetzt muss ich dir... Ey, es gibt hier zu wenig Checkpoints, Digga. Ich sag's euch. Jetzt muss ich dir nochmal diese Rampen machen. Alter. Da kommt er schon. Okay, weiter geht's. Oh mein Gott, okay, okay. Ey, Leute, ich bin jetzt sogar voll geil. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Sogar mit dem kleinen, äh, dem Gesicht. Einfach voll geil in GTA 5. Oh, die 8er, Mann! Nein! Ich fliege einfach über den rüber. Ja! Ich fliege über den rüber. Okay, wir sind gut. Ja. Ja! Ja, guck mal, ich springe gleich rüber. Nein! Nein! So, schnell, weiter geht's hier. Hä? Let's go. Ach so, weißt du. Wir müssen... Ey! Hä? Hä? Was ist das? Hä? Äh, Bruder, was ist denn jetzt passiert, Digga? Warte mal, ich brauch mal respawnen. Ich glaub, man muss da rüber springen. Nein, 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 wir müssen die Rampe hoch und dann irgendwie an die Kante kommen. Hä? Doch, guck. Oh mein Gott, rückwärts. Wie steck? Ich steck fest. Und ich fahre. Mit dem Rücken rückwärts. Doch, lol, geht, hab's geschafft. Jo. Geht halt, geht halt Retalk. Ja, ich auch. Nein! So, nächstes Ding. Und man muss wieder alle machen. Oh mein Gott, Digga. Oh, nein! Oh! Alter, gut, dass ich Frontantrieb hab. Komm, 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 komm. Jetzt der letzte nur noch. Drecks. Drei PS Auto, Digga. Ey! Einfach Schmutz. Einfach nur Schmutz. Ja! Let's go. Ist nur noch hier zum Checkpoint. Komm, und jetzt wieder hier in diese Halfpipe rein. Ich hab den Checkpoint, Digga. Okay, nice, nice. Wir haben's, ja. Wir haben's, wir haben's. Digga, weg mit dir, Roman! Oh! Oh, war das knapp. Oh mein Gott. Alter, und jetzt komm. Let's go, Alter. Ja, 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 wir haben's, wir haben's, wir haben's auch. Ey, Prox, verpiss dich. Ich wollte nur wenden, Digga. Ey! So. Hä? Äh. Hä? Ich weiß nicht, was man hier machen soll. Aber ich glaube... Oh, man muss hier oben entlangfahren, ihr Bummis. Oh, nein. So. So, Max, pass mal auf, ey. Ich rush jetzt hier. Ja, wir können ja mal versuchen, ID-Zock. Ja, viel Glück, du. Das Einzige, was du rushst, ist Siren Head, Digga. So, boosten. Oh, ich bin in Formel 1-Fragen. Checkpoint, gut. Oh, Formel... Man kann ihn boosten, lol. Okay. Warte mal. So. Man muss hier in den Ball... Haut rein, Digga. Hey, ich glaube, du musst unten an der Kante sein. Das ist so ein... Wie nennt man das? Er muss oben an der Kante. Reverse... Er muss jetzt auch noch Skill-Jair oder was? Oder kann man das wechseln, denn? Du musst auf ganz... Ja! Ja, ich hab's geschafft. Man muss außen, außen oben fahren, ja. Ey, hier muss man hoch. Ey, ey, ey. Was muss man... Ey, wie schwierig ist das denn? Oh. Okay, ich hab den nächsten Checkpoint. Alter. Ey, wie soll ich das denn machen? Oh, mach halt wieder dieses Krüppel-Auto danach. Jetzt schaffe ich's, ich sag's euch auf Ansage. Pass mal auf. Musst du jetzt auch schaffe, wir fahren weiter, Digga. Ich will eigentlich einfach nur ein D&F reindrücken. Okay, okay, das mach ich auch. Also wenn eigentlich wieder dritter wird, dann ist einfach dein Geld weg, Digga. Dann ist einfach deine Wette weg. Sag. Hä? Hä, was? Was geht man da jetzt? Hä? Ach, wieder zu Fuß. Ey, aber mach mal weiter. Ich krieg das schon hin. Ja. Die Texturen hier. Eigentlich soll gesehen, ich dann am Weihnachtsbem Ziel. So, und jetzt das. Ah, du wirst überrascht sein. Warte, ich hab wieder auf Autowächste. Ey, also die selbst find ich wirklich krass, Alter. Die ist echt gut, Digga. Viel besser als die eine eben. Oh. Oh, ja, sehr gut. Schau rein. Ja, ey, ich hänge, Digga. Was soll das denn hier mit dem Festhängen, Alter? Hä? Fliegt besser als, Leute, man hat gleich ein Flugzeug. Okay, okay, komm, hinterher, hinterher. Wow. Yo. Hä, nee. Doch nicht Flugzeug, wo man wurde teleportiert. Echt? Ja. Okay, krass, okay. Wow, 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 okay. Ich hab keine Ahnung, wo ihr seid. Auto, Mann, ist im Auto. Ich check grad nicht, wo wir langen müssen. Ich glaub, wie hoch oder so, ne? Ich weiß grad auch nicht, wo vorne und hinten ist. Ich fahr einfach hier lang. Ja, du bist zu weit geflogen, Digga. Oh, mein, hier geht sich lang. Da chillt auch vorne. Ah, oh, mein. Ey, das ist echt, das ist richtig tricky. Das ist richtig tricky. Warte ab, Rolz. Ich bin schon. Ey, das ist ja so tricky. Vor allem, wie lang das hier auch geht, dieses Rennen. Ja, ja, Mann. Es geht einfach schon 15 Minuten. Alles entspannt hier. Zack. Und nächster Check. Und jetzt warten wir mal ein bisschen auf die. Mal gucken, ob die noch hinzukommen. Äh, Max, Alter, warum bist du so langsam, Digga? Nein. Du bist hinten an mir, was redest du? Nein, das ist ja. Ich dachte, wir sind gerade ein Dritter, Alter. So, kurze Falle gelegt hier. Ja, die zocken. Pins, Huhn findet auch mal einen Korn. Abkürzung. Oh, ich kann da, oh mein Gott, das geht ja echt. Das geht echt, ja. Hier haben wir gerade abkürzt. Genug Schwung geht, ja. So. Oh. Okay, ich falle runter. Er bayert runter, Digga. Du Fuß. Das sind diese Wippen, die Wippen, die Wippen. Wie du runtergefallen bist. Leute, das sind diese Wippen. Titanic. Schnell. Titanic-Modus. Mein Kind. Oh. 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 Okay, in Fortnite, äh, in Fallgeist ist das irgendwie gleich, um die Tumor zu jumpen. Der Lächste Fall runter. Ja, der fällt runter, Digga. Oh, die Wippen, die Wippen, Digga. Oh. Oh. Nein, nicht runterfallen. Oh. Oh. Er ist direkt hinter mir. Oh, lol. Mann, ist wieder ein Auto. Ja. So. Hey, Digga, was soll man? Jetzt häng ich hier fest. Soll ich das hin? Wie denn da häng ich? Schlecht, Digga. Du bist zu früh als Auto gespawnt. Okay, okay, nice. Alles gut, alles gut. Kein Ding, Bro. Ich bin hinter dir. Ey, er ist einfach schon wieder am sabotieren. Schade. Schade, dass du schon wieder... Ja, das ist so, okay. Jetzt komme ich mit meinen 5 PS da nicht nach oben. Oh. Ja, Alter. Wow. Alter. Nein, 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 nein. Hä? Ey, wir wurden schon wieder teleportiert. Ey, das ist zu cracked hier. Hier ist das Ziel. Ja, schnell. Laufen. Komm, komm, komm. Was bin ich? Was bin ich im Auto? Ich muss nur laufen. Nein, da wurde ich. Die Krone. Die Krone, Leute. Ja, Junge, die Krone. Ja, die Krone. Ja, die Krone. Okay, erster Platz in der zweiten Runde, Alter. Ja, Mann. Ja, Mann. Guck mal, Maxi, erst mal direkt ganz hinten, Alter. Ich dachte irgendwie so, jeder macht jetzt seine Anmoderation, dann geht's los. Gar nichts macht der. Normalerweise ist es auch so, aber... Oh, Maxi, komm auf dich. Nein. Oh, Gott. Ganz schnell. Hey, Max, Digga. Hä? Wohin, Alter? Nach links liegen. Ey, ich vergesse immer Fallschirmauf... Oh, Gott, ich bin so schlecht, Digga. Oh, mein Gott, du bist so ein Bummi, Alter. So ein Bummi. Ey, wer ist gelb? Wer ist da direkt ganz vorne? Digga, weiß ich nicht. Ja, so. Ich bin rot, ich bin rot. So, dann wird als nächstes Brox eingeholt. Uh, warte. Oha, oha, Leute, das wird jetzt... Nein! Guck mal, ich bin Loser da hinten ab. Ah! Oh, nein! Er hat mich umgefahren. Wartet auf mich! Nein, dreht dich doch. Ja! Ey, der brucht zu lang. So, pass auf. Hau rein, Max. Das fällt jetzt rein. Nein, 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 nein. Hustet den, Mann. Ey! Ey! Ey, ohne Spaß, er haut mich einfach weg, Digga. So schlecht, Alter. Er haut mich einfach weg. Ey, ich werde den Dresen, Leon. Mach doch nicht diesen. Ah, nein, ich habe den Checkpoint bekommen, bruh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mit Spawnschutz haben wir vorbei. Das war einfach dieses Karma-mäßig. Was, Digga? So schön. Aha, so ein Ding ist das. So, hier. Ey, Delo! Kann man eigentlich Raketen nach hinten schießen, wie bei Mario? Nee, kann man nur machen, wenn man keinen Ruin erfährt. Oh, oh. Oh, oh. Deno. Oh, schlecht. Was ist denn da los? Mensch, Leon. Mach nicht diesen, Bro. Ey! So! Nein! Alter! Nein, 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 nein! Ey, D, ey, D, schade, dass du immer sabotieren musst, ehrlich. Nein! Ich bin einfach schade, deinen Fall. Oh Gott. Nein, das macht er hinter mir. Eckhöl, ich bin Schatten. Oh! Nein, ich habe da rennen. Ey! Ey! Nein! Nein, ich bin im Wasser! Ey, D, ich habe es auch nicht geschafft, Alter. Nichts für ungut. Und jetzt fällt er nicht zurück. Jawoll. Oha, Alter, was ist dein 30er? Schade, einfach schade, dein Fall. Digga, direkt hier. Ey, Broxan, das war nicht so gemeint. Ach, komm. Ich hau ihn direkt weg, Max. Oh, nee, jetzt fangen wir weit an. Er kommt er hinter mir. Also, wir schnappen hier die Rakete. So. Und ich schnappen hier die Rakete. Oh! Oh, ey! Das war so gefährlich. Oh! Oh! Nee, ne? Oh, Abgützung! Nein! Oh! Oh! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Ja! Na, was war das denn? Nein, er hat doch versucht, Digga. Kein Problem. Und da kommt ja noch hier mal. Oh! Oh! Hallo, Max. Oh! Ja, einfach... Ich denke, warum hat der Typ auch die ganze Zeit Raketen, ne? So, pass auf, Deno. Mit dir habe ich noch eine Rechnung offen, mein Freund. Och, nö, Digga. Keine Rechnung, bitte. Mach nicht die. Huuuuts! Och, Mann! Ich habe es dir gesagt! Ich habe den Schick mal bekommen! Hast du den trotzdem bekommen? Nee, ne? Oh, ich habe ihn gekriegt. Oh, Deno. Ich habe noch eine Rechnung mit dir offen. Welche denn, Digga? Hau rein, Brudi. Hier sind mehr offene Rechnungen als bei Finanzamt. So, Jungs, ich bin direkt hinter euch. Ich kriege jetzt direkt hier eine Mahnung. Ich sage es euch. Wo seid ihr? So. Okay, das war nicht... Max, guck mal hinter dir! Digga, pass auf, Prox. Gleich gibt es eine Steuernachzahlung. Eine saftige. Eine richtig saftige. Die hat er sich gut genommen. Wo seid ihr? Die Kurve. Max, komm, Team ist gegen Deno, okay? Was für Team gegen Deno? Oh, pass auf! Oh! Ich hatte es gespürt. Ich habe es gespürt, Digga. Das waren einfach mal wieder die Jedi-Kräfte. Oh, scheiße. Nein! Es bringt hoch, Alter, wie ein Ninja. Und noch geohlt! Jungs, ihr wisst, das wird so nicht enden, ne? Ja, pass auf, ich bin gespannt. Übrigens, Leute, es geht ja um ein bisschen Geld. Das war euch nur so nebenbei sagen. Wir sind hier mal wieder schön auf der 1. Wir sind mal wieder ganz einfach verdiente 100 Euro hier. So, hinter Max jetzt hier. Und Windschatten können! Tschüss, Prox. Nein! Ja, so ein Ding, also! Hey! Leute, das Rennen wird eng, ne? Wow! Oha! Oha! Alter, mich! Was? Nein, 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 nein! Digga, das war aber echt ein kranker Mut. Digga, einfach James Bond ausgepackt, ich sag's dir. Das war wirklich diese ganz wilde Tüche. Und ich schaff's dich rüber. Moin, war ich so? Oh Gott! Max! Oh nein! Was willst du von mir? Hey! Hey, nein! Nein! Und hoch! Und hoch! Oh! Oh! Und hoch! Alter, nee, was? Oh mein Gott! Hey, jetzt hör auf wieder mit... James Bond 2.0! Nein! Okay, okay. Was ist das denn da? Muss man hier Ballride oder was ist das hier? Nee, ich glaube... Das ganz ruhig hin muss. Warte mal. Ich bin verwirrt. Wow! Ach, Leon, Alter. Stuntmaster kommt, sagst du? Ja, ja, ja. Alles easy, Digga. Ich schnapp mir hier ganz kurz den... Garns locker! Ey, schade, was geht denn ab? Na, wo willst du denn hin? Ja, ich sag's euch. Hast du eine Rakete? Ich steig gleich aus, Digga. Wer weiß? Und wir gehen hoch. Nein, ich wurde gebremst! Ganz locker. Jawohl. Nein! Was war das denn? Max hat die Rakete. Nein! Oh mein Gott! Jetzt auch James Bond Move. Nein! Ja, was? Digga, du hast sie einfach geholt. So die Ehre genommen, Alter. Das war ein Crack. Ey, was willst du mal mit diesem James Bond Move? Nein! Wie so ein Bummi fliegt der einfach. Nein! Jetzt nochmal ziehen. Ja, wir sind doch schon dran. Nein! Ich hab den Checkpoint nicht bekommen. Digga, jetzt muss ich hier nochmal... Ach, aha! Perfekt! Nein, ich hab die Rakete nicht bekommen. Aha, aha. Oh nein, Max hat, glaube ich, die Rakete hinter mir. Komm, Dano, lass auf Max gehen, komm. Locker durch den Feuerring gejumpt und jetzt ziehen wir durch, Männer. Schnapp ihn dir, Digga, schnapp ihn dir. So, komm mal hier. Wir sind direkt hinter den, Freunde. Alles entspannt. Komm, Digga. Ich hab die Rakete nicht gekriegt. Ich hab sie bekommen. Ich hab sie bekommen, Digga. Aber jetzt haben wir eine Rakete. Und? Wie ist es so, Digga? Sein. Das kann nicht sein. Und tschüss. Ja! Nein! Ja! Er ist da! Jungs, ich will ja nicht sagen, aber hier ist eine Mautgebühr, ne? Also... Ey! Keine Mautgebühr, keine Mautgebühr! Jawohl! Digga, ich zahl keine Mautzohn, Digga. Digga, wie die einfach im richtigen Moment runtergesprungen, hochgesprungen sind. Oh, oh, nein! Nein! Ich hab's schon gesehen, verdammt! Oh, Max, ich hab auch eine Rakete. Wenn man schon so weiß, da ist jemand hinterher, Alter. Ja, wieder gar nicht, ey. Guck mal hinter dir, Max. Was machst du denn da? Nein, nein! Ist hier irgendwo eine Rakete. Hier! Oh, nein! Oh, nein! Nein! Nein, 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 nein! Oh, nein! Oh, nein! Nein, das ist Thiel! Das ist Thiel, ich Idiot! Nein, ne? Nein! Das ist Thiel! Nein! Wee! Und... Erster! So, Leute, ab geht's in die nächste Runde. Gerade immer haben wir die Jungs schon schön ab... Let's go! Ja, was denn, Digga? NM GTA soll es sein! So, Max! Oh! Da war ein Booster! Oh! 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 Das schnellste Rennen in GTA, sagst du, Kaspar. Oh! Oh! Und für dich war's das schnellste Rennen, mein bester Aura! Hey! 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 Alter! Alter! Hey, Max! Oh! Oh! Hey, Max! Oh! Hey, Max! Oh! Okay, Leute! Ring! Hi! Ey! Oh, da ist eine Rakete, Maschala, Digga! Überhol mich doch! Nein! Ey! Ich bin genauso schnell wie die! Oh mein Gott, Digga, die ziehen einfach durch, Digga! Nein! Ich bin so schlecht! Die sind ja richtig am Fahren! Easy! Und jetzt, Freunde? Nein, 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 nein! Er fährt da hinten! Ey! Er fährt mich einfach um! Digga, ich bin so auf deinen Kopf rausgefahren, Alter! Das geht! Moin, Meister! Ja! Moin, Meister! Digga, er fährt einfach so ins Gesicht! Oh, shit! Oh, Leon! Denno! Denno! Mann! Bro! Jawoll, komm, Digga, zieh! Okay, sag mal, Max, du bist ja ganz schön am Durchziehen, Digga! Oh mein Gott! Oh, Digga! Ey, ich bin so boosted, Alter! Oh mein Gott! Wie aktiviert man? Digga! Erfährt man das Turbo! Hier ist richtig Slalom! Oh, jetzt klingelt das bei mir! Nein! Oh Mann, oh! Der ist schuld, der Passported Road! Oh mein Gott! Du kriegst es nicht! Das ist nicht unsere Chance! Das ist unsere Chance, Jungs! Jungs, mach bitte Ehre, Digga! Habt ihr gewartet? Wir haben gewartet! Nicht! Digga, ich fahr grad zu Max! Aber der ist am Ziehen! Okay, jetzt hab ich hier grad wieder zwei Playbacken! Ich fahr direkt doch vom Checkpoint! Jetzt muss ich hier richtig durchziehen, Digga! Du willst jetzt echt mit deinem Mobil da losfahren, Digga? Nee, nee, nee! Ey, Jungs, chill mal ein bisschen mehr bitte! Natürlich! Kasper! Ich bin doch ganz hinten! Ja, ein Easter mein Bester! Mann, ey! Ich komme! Digga, ich hab auch ganz oft nicht das Recht! Digga! Denno! Jawoll! Jawoll! Ich bin ganz hinten, Digga! Und er knallt mich ab! Nice! Was war das denn da? Oh, Junge! Das war ganz schön knapp! Die C4 Ladung immer besser! Nein! Oh! Junge, mach dich denn! Kasper! Kasper! Hau ab jetzt! Hau ab jetzt! Was wir jetzt machen, schön mit Rockets hier! Warten! Ja! Rockets! Oh mein Gott! Huh! Wie schieben sich die nach hinten? Jo! Rockets! Rockets! Nein! Da kommt was! Da kommt was! Max! Hahaha! Perfekt, Jungs! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der hat hier grad den Doppelkill gemacht! Ich dachte... Äh! Und rüberfahren! Hunder vom Parcours! Das war's dann! Ich hab ihn einfach runtergetreten! Das erste Mal am Leben gefühlt! Alter! Oh Max! Ey! 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 Bleiben Sie bitte stehen! Bleiben Sie bitte stehen! Ja! Erstmal die Außenräder! Ey! Dann bleibt ihr beide stehen! Du Asi! Was willst du denn? Sie bleiben mal stehen! Huuu da muss los, Digga! Das ist ja das absolute Zerstörungs-Match! Das war ich dann hier die Reifen mein bester! Ja! Läuft! Boah! Ja! In den Checkpoint! In den Checkpoint! Nein! Was ist das denn? Was ist das denn? Nein! Die ziehen alle durch! Okay! Ich Idiot, Digga! Die sind echt alle durchgezogen! Digga, was? Er wartet da, Digga! Was ist das denn los, ne? Und ich fahre immer rüber! Oh! Ey! Ich fliege meinen Checkpoint! Das war's! Hey! Mach's, Digga! Dass du jetzt auch schieß damit, Digga! Ich lag doch schon auf dem Boden! Doch! Digga! Einfach weggetreten! Ey, schade, Olafar! Den Olafar! Boop! Auch voll ins Gesicht! Als ob du mich getroffen hast, Digga! Hey, mach's, Digga! Jetzt hör mal auf! War das eigentlich der Double Kill? Genau mein Ping das Rennen! Das ist echt cool, Digga! Leon! Geiler Platten! Hey! Das ist ja das Ziel! Nein, 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 nein! Nein! Du musst Gas geben! Nein! Ja! Ich hab' gewonnen! Ja! Ich hab' gewonnen! Noch vormann! Noch vormann! Ja! Ja! Ich hab' Platz! Ja! Du hast... Ey! Oh! Was haben wir überhaupt für Autos denn nun? Was ist denn hier los? Warte mal, was? Wir können hier... Oh! Wir können hier so durchfahren! Wir sind einfach auf so'n... kurz Bundesjugendspiele machen, oder was? Was? Bundesjugendspiele? Bundesjugendspiele? Oh! Du kriegst nur ne Teilnehmerurkunde! Wer kennt sie nicht? Haha! Die Teilnehmerurkunde! So! Pass auf! Jetzt hier! Wirst du ja erstmal easy den Parcours lösen, Leute! Ich komm da halt nicht hoch, ne? Haha! Aus Rhein, Denno! War's gut! Freust du dich eigentlich schon wieder darauf, wie ich dich grille heute? Oh nein! Tschüssi! Aus Rhein, Leon! Aus Rhein, Leon! Pass mal auf jetzt hier! Dich hole ich noch! Da vorne hängt der nämlich, Leute! Da vorne hängt der! Nein! Ja! Er hängt! Kein Druck, Denno! Ich bin auf dem Weg! Kein Druck! Kein... Oh! Nein! Ach Mensch! Dein Auto brennt! So! Haben wir hier ein bisschen Sorge! Fall mal lieber schnell hoch jetzt hier! Ah ja! Da hat er die Hosen voll, Leute! Da hat er die Hosen voll! So! Hau mal rein jetzt hier, du Dicker! So! Jetzt hier! So! Sag mal! Hallo! Ich häng' fest! Jetzt muss ich aber ziehen, Digga! So! Perfekt! Mach's gut! Aus Rhein! Nein! Hey! Mach's gut! Aus Rhein! Ich bin im Baum drin! Sag mal, was ist denn das hier für ein Parcours? Tschüssi! Mach's gut! Ich glaube, wir müssen jetzt hier außen rum fahren, so! Das Ding ist, der Wagen, den habe ich vorher noch nie in GTA V gesehen, aber ich glaube, der hat einfach Grip! Ja! Der hat... Vorsichtig! Das kann nicht sein, ne! Denno kommt! Denno kommt! Denno kommt! Das kann nicht sein! Das kann nicht sein! Sniper! Na? Kommst du? Hä? Hä? Ah! Oh! 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 Jetzt, Denno! Jetzt! Jawoll! Und wir sind wieder im Film! Au! Oh! Hilfe! Er wird wild! Er wird wild! Ich werde einsteigen! Ah! Wir fahren schnell los! Ey! Was ist denn Asni? Du fährst falsch! So, Leute! Wir fahren jetzt mal über die Bank rüber, so wie wir es sollen! So! Haust rein, Denno! War's gut! Hier! So! Checkpoint! Der Typ hat mich verarscht! Checkpoint! Auch da! Über die Bank fährt er! Ah, ja! Ja! Über die Bank! Kannst mal sehen! Ah! Hier müssen wir jetzt lang! Ey! Na was denn? Na was denn? Hier über die Bank! Na was denn, Denno! Na was denn? Haust rein! Ey, die Bank! Kennst du noch die Bank von damals, als du da nicht weiterkamst? Ach! Das war doch schön, ne! Die Bank von damals! Nein! Oh! Schönes Ding! Schönes Ding! Aha! Hat er mal Glück gehabt! Okay! Du glaubst, das habe ich nicht gehört, oder was? Ne, was denn? Ja, ja! Was meinst du denn so? Ja, ja! Das ist für dich jetzt schwierig, ne? Das ist für dich jetzt ganz, ganz schwierig, glaube ich! Ist es das? Ja! Das werden wir ja sehen! Macht er den hier, ne? Aha! Dann halt von hier! So! Ja, dann komm doch! Wieder im Auto drin, Leute! Hier fahren wir jetzt entspannt! Kommen wir jetzt mal auf ganz entspannte Basis zu Onkel Denno! Oh! Ja! So, jetzt aber, Leute! So! Ohne Probleme! Ohne Probleme! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, war's gut, Digga! Ja! Wow! 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 Aus dem Weg jetzt hier! Aus dem Weg! So! Ah! Danke! Ja! Ich steck auch fest! So, ich bin noch rübergekommen! Ich bin noch rübergekommen, Leute! Ich habe zwei Platten! Äh! Äh! Ich bin noch im Wasser! Wir müssen über den Stab! Wir müssen hier rechts rüber! Okay! Du musst fahren! Hä? Du musst lernen zu fahren! Oh! Die Parcours-Wertung, ne? Die wird ganz kritisch! Nein! Nein! Na komm! Wow! Er beschlägt sich! Schnell weg, Leute! Schnell weg! So! Stopp! Wir wollen ein paar Fallen noch hinlegen! Oh! Oh Gott! Ah! Ich wusste, er fährt zu weit! Haha! So! Hey, Denno! Was geht's? Alles gut bei dir? Wie? Du wusstest, ich fahr zu weit! Ich hab fast die Abkürzung bekommen! Netter Versuch, muss ich sagen! Netter Versuch, muss ich sagen! Netter Versuch! Aber die Abkürzung, die funktioniert eigentlich schon leicht! Äh, wir können jetzt hier entspannt hochfahren, Leute! Wow! Ich stan jede kurz ein Auto mein bester! Gut, dass du keine Platten geschossen hast! Nein! Nein! No! No! Easy going, easy going. Ah, Mist, Alter, Mist. Okay, okay, alles entspannen. Ruhe bewahren. Da ist er schon. Ich fahr mit Platten, mein Bester, aber ist kein Problem. Ist kein Problem. Nein. Okay, ich zieh durch. Kein Bock auf dich. Ich hab dich doch in die Luft gejagt. Oh, nee. Viel Spaß im Pool, Dano. Viel Spaß im Pool. So, Checkpoint, Freunde. Nein, er hat den Checkpoint. Huch. Ah, nein. Nein, er schafft ihn auch, den Checkpoint. Ja, natürlich. Okay, kein Problem. No Problem, oder no? Nein, ich wollte aussteigen. Ja, das war's gut, Digga. Zack, Checkpoint gesichert. Ah, ja? Machst du jetzt was? Machst du jetzt echt was? Oh, nee, die Bank. Oh, das meinst du nicht ernst. Ach so. Ja, was denn? So ein Ding, also. Da ist doch alles gut. So ein Ding, also. Nice. Nice. Nein. Was, du hast den Checkpoint niemals gekriegt. Scheiße. So, jetzt hab ich den Checkpoint. Okay. Ja. Nein. Mach's gut, Digga. Hops genommen. Wenn man ein Kind, wenn man so ein Affen-RPG gibt, ne? Ich glaub's ja nicht. Ah, nein. Der schnappt sich nicht. Nein, 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 nein. Oh, das war so knapp. Oh mein Gott. Deno, mach's gut. Ah, danke für den Anschlung. Ich hab dir echt Anschlung gegeben, oder? So, ihr müsst in Toyok Skates spielen. Tag. Hier noch drauf. No, 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 no. Ja. Wollder er hat den Checkpoint. Und wir ziehen mal durch. Ich hab der noch nicht. Aufentspannt. Natürlich. Sag mal. Ey, hallo. Oh, Junge. Du hast mich in die richtige Richtung gelenkt, ne? Ja, wahrscheinlich. für dich machen wir das gleich mal besonders schwer scheint er mir ja nicht so schwer ist gar zu sein dass mein bester war oh mein gott so ein ding ist das alles klar und kein problem perfekte als so nicht im pool an ich fahre mit platten ist kein problem heute das ist kein problem ich gewinne auch gehandicapt hier immer noch über die tennis dinge rüber so was tennis netz das hier mit dem pool war gerade sehr knapp aber wer schießt da schon wieder so ja du musst glaube ich mal ein bisschen zielen lernen oder ja weil ich kann eigentlich ganz gut zielen gut gezielt oder so der mich aber ganz schön haben die ganzen poste rüberfahren war das ding ist nein nein was für ein ding ich wollte gerade sagen du kannst mir keine platten schießen wenn ich schon alle platten habe da was denn ja kommen doch mal weg mit dir jetzt nein 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 weg mit dir so rein oh mein gott schnell weg leute sei froh dass du rüberfahren alles easy alles easy und check point dennoch so leute guck mal hier jetzt mit patience einmal so nach links lenken zack bisschen pace nehmen nach perfekt 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 den check point fast nicht gekriegt so ok ich bin gleich hinter dir hat aber gut genommen leute hat aber gut genommen muss sagen mit full speed ist dadurch gebreddert also ich auch perfekt ein bester hier noch mal durch rein was die bedingungen müssen wir aber mal ganz schnell ja der macht's gut ja was gut der doch was gut ich gebe jetzt hier full speed da vorne so noch lichtgeschwindigkeit hat den check point noch gekriegt ja ganz mal sehen jetzt hier guck mal hier wie jetzt hier rüber düse full speed langsamer als gedacht muss ich sagen langsamer als gedacht leute wo bist du denn hier 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 oder drüben ja ja alles hat doch gut alles entspannt leute alles das sieht doch richtig gut aus auf piepen achten ich höre kein piepen das hätte ich nicht erwartet muss ich ganz ehrlich gestehen nicht schlecht nicht schlecht aber hier wollte er die abkürzung nehmen wir haben doof aufgekommen muss ich sagen ich kann nicht brauche ich da hast du mal glück gehabt da hast du mal glück gehabt nein 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 ja digga ja digga ja genau was ja mal rückwärts mal ja mach ich auch aus rein gut wie schnell ist er denn gespawnt der typ ist doch am cheaten nein nicht schon wieder oh mein gott jetzt hat er mich komplett selbst stört so ein ding also ich habe nicht bei den checkpoint bekommen ich ziehe so durch da ist das ziel nein das riecht aber kann ich habe gewartet ach so du hast gewartet wie machst du es denn sonst immer das wird so ein schwitzer game jetzt ich ziehe so durch nimm ruhig meine karte so das hast du nicht getan werden wir nie hochkommen mit dem rampet rocket denn also wo sie kohlen digger Wir fahren einfach durch. Okay. Nein, nein, nein. Wir sparen doch nicht. Wir fahren durch, Mann. Ja, wir fahren einfach durch. Finde ich gut. Fühle ich. Wir sind hier in der alten Tradition. Ich brauche auch ein bisschen, um zu lenken. Schnell zurückfahren, Leute. Schnell zurückfahren. Was für alte Tradition. Nein, bitte mach nicht den. Ja. Alte Tradition. Aus dem Weg. Hey, aber hallo. Hey, Leute, der hat mich schon wieder so dreist abgezockt. Ich habe den nicht abgezockt. Ich habe dich hops genommen, weil du mit deiner Haftbombe ankommen wolltest. Das habe ich genau gesehen, Denno. Wie schmeckt dir denn ein Platten am Vorderreifen? Das schmeckt mir nicht. Ja. Ja, wo bist du denn? Hier. Du fährst jetzt mal vor. Jetzt kannst du mal vorfahren. Okay, ja. Mach doch alle Platz. Wir sanieren nochmal komplett. Perfekt, Digger. Ah, Suche. Hey, bruh. Hey. Oh mein Gott. Ich hätte durchfahren sollen. Das sah ja zu geil aus, Denno. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. So, Leute. Schnell durchziehen. Schnell durchziehen. Bis da oben. Ah, ja. Yippie. Aktuell, Digger, bist du mit den Trolls auf jeden Fall im Lied. Ganz, ganz sicher. Dass ich da oben auch nicht hingekomme. Ja, Absperrung hier. Mautgebühr bitte einmal kurz bezahlen. Nope. Ey, das ist illegal, was du da gerade gemacht hast. Das ist... Ey. Oh, du steckst fest. Warte mal ganz kurz. Sag mal, was soll das jetzt werden? Ey. Dass das werden soll. Ey, ey. Was soll das werden? Nein, 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 nein. Nein. Oh, oh. Das wird ehelhaft jetzt. Bäm. So. Was soll das werden, Deno? Vielleicht sollten wir auch mal ein bisschen erstmal das Rennen fahren. Das sind fünf Kilometer nämlich. Oh. Oh. Hau rein, Bowlingbahn. Schnell, 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 schnell. Jetzt hast du dir eine Mine hinweggelegt. Jetzt hast du dir eine... Tschüssi. Wir fahren vorsichtig. Sicher, aber auch gekonnt. Ich seh die Mine. Sag mal, Deno. Du legst da so viele Minen. Arbeitest du da nicht im Minenschacht? Oh. Oh. Bruh. So, hier ganz kurz. Oh Gott. Bowlingkugel. Bowlingkugel. Riesenluftballon. Also kein C4, mein Bester? Nö, nein. Kein C4. Wuh. Nein. Aaaaaah. Weg mit deinem C4. Ich fahr direkt los, mein Bester. Deine Mautgebühr, die juckt mich nicht. Ja. Checkpoint gekriegt. Jawohl. Wui. Ähm. Ach, Mensch. Soll ich dir da... Soll ich dir mal... Da. Was hast du denn da vor? Ja. Was du da vor hast? Ah. Hau rein. Was war das denn gerade? Hau rein. Ja, ganz genau. Ja, optimal, Leute. Optimal. Du, sag mal, was hast du denn vor? Okay, Digga, warte. Ich komme zu dir. So, haust rein. Gekillt. Wohl, der nur. Und tschüssi. In die richtige Richtung. Finde ich ja gut. Leute, guckt euch den Reifen an. Hoch da jetzt. Nein. Oh, Junge. Der Reifen, Alter, Mann. Ich fahre nur noch auf Helge, Digga. Hoch da jetzt hier. Hoch da jetzt. Komm doch mal her. Ich wäre doch nie dazu. Komm doch mal her. Vergess, dass da deine Mine liegt. Dass da deine Mine liegt. Nein, 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 nein. Nein, nein. Was? Was denn? Nein. Wir machen das gleiche mal mit dir. Nein, 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 nein. Doch, doch, doch. Na doch. Kein Problem. Warum ist denn da jetzt kein Platten? Ja, was rein? Ich dachte schon, jetzt komme ich nach oben. Nein, kann man die nochmal zünden. Na, was denn? Wie geht das nochmal? Ach so, ich muss aufhören zu blinken. Okay, perfekt. Ey. Man muss halt so ein Tempo haben. Lass der Rampin. So, Digga. Entschuldig, Digga, Mann. Paar um dein Leben. Ich gebe schon Gas. Ich fliege schon. Deine MP kommt wohl nicht mehr so weit. Hahaha. So, Leute. Hello. Warum müssen wir denn über so eine Pipeline fahren? Boots. Warum bist du denn hinter mir? Ey, was soll denn das? Ganz schön, ein explosives Ding hast du da am Start. So, ich paar mal ganz kurz die ein. Hier habe ich Mautgebühr schon bezahlt. Das brauchst du ja nicht machen. Brauchst du doch nicht. Stehst du eigentlich auf Feuer? Ja? Nein. Es tut mir leid. Ich dachte, ich habe meine Feuer-Sniper ausgewählt, wenn du fliegst. Dann fahren wir erst mal wieder ein bisschen. Ja, ich könnte dich schon lange abschießen können. Na, ma haust du rein dann. Na, haust du rein. Digga, du bist doch jetzt alt als ob. Alt als ob. Ja, juhu. Oh, Leute. Nein, 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 nein. Ja, wenn du da irgendwie abbremst oder so, ich hätte dir keine Pistole rausgeholt. Ja, natürlich nicht. Natürlich nicht. Oh, er fährt schon wieder. Ja. Oh. Oha. Nein, er vergrägt hat. Oh mein Gott. Oh, süßig. Oha. Einfach eine Backliff. Cooler Stunt auf jeden Fall. Oh, nee, ich komme hier nicht mehr hoch. Ich sehe deine Felgen-Schwur. Ich komme hier nicht mehr hoch. Wie jetzt? Ah, aus dem Weg. Ja, den Sprung haben wir studiert. Ja. Und noch ein Jump. Oh nein. Na, was ist? Wieso oh nein? Digga, du machst einen Abgang, denke ich mal, oder? Oder wie siehst du das? Es gab da eben so eine Stelle, Digga, da hast du mich ganz schön getrollt, ne? Und ich habe auch noch nicht genug, muss ich sagen. Ich habe auch tatsächlich noch nicht genug. Noch nicht genug. Nein! I believe I can fly. I believe I can touch this guy. Ey! Oh mein Gott! Voll gegen die Wand geflogen, na? Geschöner Schütterung, oder was? Na, fahr mal, mein Bester. Ich fahr doch. Na, fahr mal. Ich fahr doch. Hau rein. Hau rein, der Noob ist gut. Ich sag dir, du darfst auf jeden Fall ein nicht hohes Level werden, ne? Wenn du mal den Atomisierer hast, dann ist es vorbei. Ich sag's dir, dann ist es richtig vorbei. Ja, ja, das glaube ich allerdings auch. So, aus dem Weg mal ganz kurz. Ey, wie kann der so ein Gefühl auf dem Rampant haben? Das ist ja unglaublich. Ich sag's dir, mein Lieblings... Sag mal! Sag mal, er macht dir irgendwie nichts. Was wolltest du sagen, Digger? Das hab ich nicht so ganz verstanden. Aua! Da fährt er schon weiter, so ein Ding also. Okay. Ah, das wollte er doch auch machen, Mann. Weiß ich doch ganz genau. Okay, okay, okay. Oh! Okay, okay. Bremsen! Bremsen! Ne, ne, ne. Ist jetzt nicht, Digger. Ist jetzt nicht. Aber er fährt ja die ganze Zeit weiter jetzt! Oh, was ist das denn hier? Ist das hier das Ziel? Ist das hier das Ziel, mein Bester? Sag, wie weit fährst du denn? Ich hänge fest! Och, das ist natürlich jetzt... Way below! Nein! Verdammt nochmal! Und er läuft, Digger. Blau, blau, blau! Er läuft schon wieder. Jetzt... Oh! Ach ja. Du bist gerade so schön nach vorne gefahren. Da mach ich das jetzt auch mal. Ah, nein! Die bin schon wieder eingefallen. Die bin schon wieder eingefallen. Schnell, respawn, respawn. Digger, da läuft der schon wieder ins Ziel. Hier ist ja das Ziel. Och, Mensch. Hier ist ja das Ziel, Deno. Wie kommt das denn? Sieht einfach gut aus, das Ziel. Na, kommst du noch? Tja! Oh, ja! Hallo, was soll das denn jetzt? Okay. Er fährt einfach los schon! Was? Er fährt ja echt jetzt schon? Er fährt einfach los! Er zieht richtig durch! Der Bumi, Alter! Der Bumi, der Hand, Digger! Ja, gut, dass du deswegen runtergefallen bist. Alter! Er hat mir auch wieder auf eine Aufnahme gedrückt. Er hat einen Checkpoint bekommen. So schön. Oh, Appia! Oh, da bist du ja schon, Max. Da bist du ja schon, der GTA-Donner! Ja, komm, ich versuch dir gleich mal den Checkpoint erst mal zu holen, dann reden wir weiter. Ja, ich bin hinter dir, Max! Nein! Nur so nebenbei! Kann das sein! Ey, ey! Hey! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, Junge! Warum seid ihr jetzt eigentlich so am durchziehen? Sag mal, haben wir Schwitzer-Modus aktiviert? Pass auf, Digger! Hä? Was machst du denn da, Max? Wenn man macht da so ein Wall-Ride und ist dann auf einmal wieder, hä? Pass auf, Digger, ich zeig dir jetzt, wie es geht. Wo die Map lang geht. Ah, hier oben geht's lang. Moin, Meister! Bin runtergefallen. Ja, endlich! Oh! Der Fleck, Digger! Oh! Kann ich jetzt hier so einen Kreis fahren, oder wie? Das ist aber ganz... Max! Ja, jetzt ab in den Checkpoint! Ey! Hey! Nein! Schwer zu langen. Ja, das ist richtig schwer. Das kann nicht sein! Das kann nicht sein! Man muss hier drüben in diese Kreise rein. Oh mein Gott! Ja! Was ist das denn hier? Dendo! Dendo! Guck mal, wo ich bin! Oh, ich fahr raus, Digger! Easy, Digger! Ich fahr raus! Oh Mann, ey! Alter, hast du dich hier eher snitcht, ey! Ja, wollen wir auf die anderen warten, oder wie machen wir das? Nee, Digger, Antländer! Alter, du unehren Mann, Digger! Junge, was soll ich denn? Easy going! Ich hab ja gar nicht, dass du Amateure seid! Ja! Wo seid ihr eigentlich, Digger? Das ist ja gar nicht... Amateure, Digger! Max, komm! Ey, hoff ich jetzt zu blockieren... Ey, Digger, Box, Junge! Und mein Auto nach Front antrieb! Oh nee, der Box-Jump! Ey, deshalb muss man wieder von vorne anfangen, wenn man einmal verkackt! Ja, ja! Ey, das ist ja... Ey, Max! Was geht? Ich werd' nicht so rausnehmen jetzt! Ja! Nein! Hört doch auf zu sammeln! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Die 500 Euro, die werd' ich mir auf jeden Fall easy schnappen! Oh Mann! Digger! Wie geht'n das jetzt? Oh Mann! Ich hoffe, es ist gut jetzt! Ist gut jetzt? Ja! Nein! Ah, Jungs! Perfekt! Ich hab' den Checkpoint bekommen! Soll ich mal zurückfahren? Oh Mann! Oh Mann! Ich hab' den Checkpoint! Soll ich mal zurückfahren? Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Nein! Das hat er nicht gemacht! Digger, wie geil! Weiter geht's, Freunde! Hier, ihr Noobs, Digger! Hey! Ihr Noobs! Alter, wie hast du das denn hingekriegt, bitte? Digger! Der GTA, Don! Wie soll man da hochkommen? Digger, wie kommt man hier hoch, Alter? Digger, man muss, pass auf, ich bin mal so nett, also für den Gewinner, falls jetzt eigentlich einer von euch beiden gewinnt, ich krieg' kein Euro ab. Ja! Ey, Max, Digger! Es ist nämlich so, wenn man springt, da muss man Falsche rausziehen. Und dann fliegt man höher. Ach, was? Das ist gelogen, Digger! Man muss sich aber ganz nach hinten lehnen, ne? Falsche in den Breck ziehen. Macht gar keinen Sinn. Guck dir diese Noobs hier an! Geil, ey! Die Ameisen einfach drunten! Perfekt, Digger! Hey, Dello! Kaspar! Kaspar, Digger! Was soll ich denn? Bro! So, und jetzt lassen wir keine Ohren rauf! Ey, warte, warte, lass uns rauf! Warte, Kaspar, ich helf dir, Digger! Das geht so! So, hier sind Mautgebühren leider. Was soll das? Nein! Ich komm da nicht hoch! Digger, Karma! Verdient! Verdient! Digger, einfach verdient! Digger, einfach verdient! Ja, versucht mal hochzukommen! Ja, kommt mal hoch jetzt, wir warten auf euch! Ja, komm, tu mal nicht so! Hey, Jungs! Jetzt haut doch wirklich ab jetzt! Digga! Du hättest doch nicht mehr geschafft! Du hättest doch nicht mehr geschafft! Du hättest doch nicht mehr gegen mich gecrashed! Mann! Ja! Ey, Mann! Ihr seid doch solche! Mann! Was soll das? Was soll das? Ey! Ey! Tschüss! So, jetzt... Du Asi, Alter! Digga, du bist einfach runter! Der 31er! Ja, Mann! Ja! Ey, wir sind jetzt mit dem Smart unterwegs hier! Okay, aber Brox kommt hier schon... Leute, auf Entspannt! Jungs, haut rein! Leid wohl! Oh mein Gott, ey! Hey, das ist einfach der fliegende Smart! Digga! Ah! Nein! Und Brox ist auch weg! Ich hab heute von Brox, hab ich jetzt ein bisschen Angst, was ich rechen will! Der, ich glaub mich so aus, dann rechen, Max, Alter! Das war nicht so gemeint, alles gut! Oh, nice! Sportwagen, let's go! Vorsichtig, vorsichtig! Hey! 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 Ich rutsch hier runter! Ich war auf einmal schon im Sportwagen! Dann machen wir easy rüber, Leute! Ganz entspannt! So, Max! Ich komm jetzt auch mit meinem Sportwagen! Digga! Was für ein Sportwagen! Brox, das war doch alles nicht so gemeint! Nein! Leon, ich bin direkt hinter dir, Budi! Oh yeah! Ganz entspannt! Nein! Nein! So! Ey! Zieh Leine! Oh, hier! Junge, ich bin direkt da! Denno, hau ab, Digga! Oh! Peace! Bitte heben! Boah, ist das eben nicht drüber da! Komm, Leon, Digga! Hammer, Junge! Du Asi! Kaspar! Ich bin hinter dir! Ich bin hinter dir! Nein! Lass mich das wirklich ruhig machen, Digga! Sonst schaff ich das nicht! Digga! Einen Monat gratis schneiden oder ich hau dich runter, Digga! Langsam! Langsam! Nein! Was? Das war knapp! Kaspar! Oh, Kaspar! Na? Was denn? Ja, hau rein! Ich bin bitte ehrlich! Ich bin bitte ehrlich! Der wird nur noch kein Checkpoint bekommen, ne? Okay, Jungs! Ey, jetzt sind wir an, Digga! Oh, nee! Jetzt sind vier Leute am Start! So! Das war's jetzt! Was mach ich denn mit meinen... Was mach ich denn mit meinen 500 Euro? Ach so ne Piss! 5 kostet ja 499, ne? Wow! Okay! Hey! Haha! So! Weeeee! Boah! Nicht schnell genug! Ey, ich war einfach schon zweimal drüben! Na Leon, was geht ab? Na, was geht, Digga? Mh! Ey du! Ah! Nö! Hau rein, Digga! Haha! Ja! Nein! Meine einzige Bestimmung ist einfach jetzt nochmal Renno hier zu holen, Alter! Ne, Mann! Brauchst du doch nicht! Find ich gut, Digga! Find ich gut! Ach, du findest alles gut! So! Das war's mit dir! Ich würd sagen, hau! So, Max! Mit dir hab ich doch ne Rechnung offen, mein Freund! Jawoll! Rechnungen! Leute! Assi! Also, wenn zwei ne Rechnung offen haben, dann kommt jetzt der... Oh! Oh! Nein! Ich kann mich nicht mehr kommen! Oh! Alter! Digga, wenn ihr den Wallride verkackt hättet, ne? Müsstet ihr jetzt wieder komplett von vorne anfangen. Nein! Ach, nee! Oh, Digga! Ey, ich fall hier die ganze Zeit runter! So, Max! Wo bist du? Sehr gut! Ich weiß nicht, wo man hin muss! Hey, Digga! Das kann doch nicht sein! Hä? Hä? Ist doch voll leicht, Digga! Wo fliegst du denn hin? Einfach hier oben halt, rauf! Digga, wo? Wie hoch du fliegst? Ich bin immer, ich flieg so hoch, ne? Oh nein! Boah! Ich hätt dich eh runtergehauen, Digga! Ich weiß doch, was du da wartest! Was macht ihr da jetzt eigentlich? Kaffeekränzchen, oder? Was geht denn? Ich chill jetzt hier in der Gazelle! Los, Jungs! Komm da rauf! Dann wollen wir mal warten, was er zu mir sagt! Tiki, hee! Ja! Ich hab' ich geschafft! Ey, Digga! Eifer! Eifer! Eifer kriegt so'ner Sandwich rein, Digga! Ey, Jungs, die zieht ja schon übel durch! Hä? Wir ziehen grad gar nicht durch! Wir ziehen übel durch, Digga! Ich bin doch bei dem ersten Checkpoint gefühlt! Aber du musst einfach mal ein bisschen... Ey, Digga! Ey! Ey! Was? Da oben sind sie! Das wär's ja auch noch gewesen! Digga, mach doch jetzt mal Paypal-Überweisung! Hey! Nein! Ich krieg gleich einen Anfall, ne? Ich krieg gleich einen Anfall! Tschüssi! So, wir halten mal die Karre ruhig! So, Jungs! Ich mach jetzt einfach den! Ihr seid Anfänger! Ich schnapp mal ganz kurz den Checkpoint hier drüben! Hä? First Try! Für... Ich hab ihn noch! Ich hab ihn noch! Ich hab ihn noch! Jetzt ist einfach Kasper vor euch! Ich muss Try! Ja, Jungs! Jungs! Okay, fahr mal! Ich mach diesmal auch nix! Ihr kommt hier nie vorbei, Digga! Ihr kommt hier nie... Hä? Hä? Ich dachte grad schon! Ja, Jungs! Max hat eh den Checkpoint bekommen, oder? Nein, hab ich nicht! Lol! Okay, pass auf, Broxy! Wir dürfen dir nicht so nachkommen! Denne lass ich nicht vorbei, Digga! Jungs! Das kann nicht wahr sein! Hey, hör ab! Hau ab! Hau ab! Nein! Nein, Junge! So! Nein, 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 nein! Du bist doch Azubi, Junge! Was ist Azubi, Digga? Ich hab's Geld geschaffen! Was ist mit dir? Was ist mit dir? Max! Nein, 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 nein! Hä? Lol? Hä? Kassler schaffst nicht, Digga! Kassler schaffst nicht! Oh, Digga! Soll man den da hochschaffen? Der hat auch nicht schafft, Digga! Yeaaah! Wie soll man das denn da hochschaffen? Hau drei! Oh, Digga! Der hat auch typisch! Digga! Ich hab' ich mit meinem Fallschirm einfach genommen! Ey, Peno, Alter! Du bist so nett, Digga! In diesem Video ehrlich! Oh! Die ganze Welt von der Schamotier! So, Jungs! Hä? Wie soll man denn... Wie soll man das da hochschaffen, Digga? Ne, ne? Digga, Leon hat den Spaß... Du sagst immer, ich dapotiere dich, aber Leon ist der Schlimmste! Digga, jetzt nerf ich die anderen, jetzt nerf ich die anderen! Ja, ne? Oh, nee! Komm, Gelb! Los! Los, kommt doch! Jungs, bitte gönnt jetzt! Mach doch nicht jetzt! Oh, oh! Er ist reingeflogen! Oh, das tut mir jetzt aber leid, Deno! Ja! Nein! Nochmal, ey! Oh, Kaspar, Digga, pass auf! Ja, ich hab' nen guten Start gemacht! Kaspar, pass auf! Ich glaub, ich hab' ich... Oh, verdammt! Ich mag's, Digga! Kaspar, pass auf! Ich hab' alles mit! Hau ab! Schnell! Boxi runter, Boxi runter! Und ja! Nein! Verdammt! Es haben alle geschafft, Digga! Nein! Wir müssen da gegenüber! Aufs Gelbe! Mist, aufs Gelbe, Digga, Mist! Oh, Deno ganz vorne, Digga! Ey! Ey! Ey, Mann! Oh, Leute! Wir ziehen durch! Wir haben einfach gegenseit sabotiert! Das ist schlecht so! Kaspar! Hau ab, Bane! Mach jetzt noch nicht auf Madi! Komm! Ich hab' mich grad Bane krackt! Dann schau' ich das auf! Sooo, hier aufs Blau rüber! Max! Ich komme! So! Was? Hey! Ey! Ey, ey! Also, Box, Digga! Jawoll! Als wenn du's geschafft hast! Ja, Mann! Vielleicht schaff' ich's auch! Vielleicht schaff' ich's auch! Ey, Max, Digga! Nein! Ein Millimeter da drunter! Wie langsam wir fliehen! Ja, easy, Digga! Easy! So, ich jetzt auch! Easy! Das wird so schwer! Das wird so schwer! Das wird doch wieder klappen! Oh, ich glaub' ich weiß! Ey! Das schaff' ich easy! Und? Ja? Ey! Ich werd' dafür sorgen, dass niemand von euch Schwung holen kann! So, jetzt! Komm, flieg doch! Nein! Ja! Der Snitch-Move! Und er wurde mir gegönnt! Er wurde mir gegönnt! Hä? Echt? Ich hab's geschafft! Ja, ich hab's geschafft! Oh, ja! Ja, safe, Digga! Ja, Mann! Ich hab's schon! Easy! Ich hab's schon durch! Ist halt echt so, Digga! Ja, Mann, Jungs! Hä? Leon? Was geht da jetzt ab? Was soll' ich denn jetzt hier machen? So, jetzt hier wieder mit den Smart... Oh! Die lockere Smart-Landung! Wir sind doch Profifahrer! Leon, mein Bester! Oh, ich drehe ihn noch! Ja, hau ab, Denno! Nee! Ich komm's denn nicht durch! Ey, ich hab's schon geschafft, Bro! Ich hab den Checkpoint! Scheiße, Digga! So, haut rein! Mach's gut! Oh, nee! Ja! Sehr schön! Oh, ich auch! Oh! Okay! Nein! Nein! Ich glaub, das hätte uns nicht passieren dürfen! Nein! Nein! Die Ecke hier! Oh, Digga! Ich muss einfach ziehen! Ich bin doch am Start! Ja, man kann ja nicht hoch, glaub ich! Ich bin mal nie auf diesen Dächern hier rumgefahren! Ich müsste mich auf dem Dach bleiben, ne? Hey! Wie geht das jetzt? Ich bin doch hier offen! Hier erregt das Dach, Digga! Aus dem Weg jetzt! Hey, Bro! Bro! Hey, Bro! So, hier, wir fahren weiter! So, wir fahren mal durch! Let's go! So, und jetzt! Zack! Perfekt! Hui! Hau ab jetzt! Hui! Okay, und transformiert! Landung rein! In einen Sportwagen! Jawoll, Digga! Schön! Der Kass war einfach die ganze Zeit am Saffi struggle! Der war alleine! Digga, ich schwör euch, das ist so schlimm! Nicht für mich, ne? Digga! Ey, Digga! Wie kommt man denn über diese eklige Kante jetzt rüber? Mit Speed! Ah, hau! Hauflos 8, Digga! Oh, Wallride, gar kein... Oh, oh! Danke, Brudi! Nein! Korrekt, Max! Danke! Soll ich es schaffen? Danke, Max! Und, ja! Und, ja! Wichtig! NEIN! Ey, ich bin einfach... Ich kann einfach nicht mal geradeaus fahren! So, Jungs! Oh, Gott, im Himmel! NEIN! Ich hab's gesehen! Das ist schwierig, das ist richtig schwierig! Digga, ich sag's dir, Alter! Oh, Max! Nein, ich hab ihn geschlossen ausgesehen! Welcher Mensch hat dieses Auto erfunden in GTA? Ich bin... Was ist das denn? Ich bin guter Dinge! Jawoll! Ich bin guter Dinge! Denno, hau ab! Nein! Ja! Selber schuld, Digga! Karma! Digga, warum klappt das bei dir immer? Ja, ich bin grad... Das Auto ist einfach schuld! Und wir sind wieder vorne! Und, Denno! Soll ich mal nochmal zurückfahren? Ja, Max, pass auf! Hilfe! Pass noch auf! Pass noch auf! Nein! Leon, hör auf mit der Scheiße! Denno, du stehst doch eben auch in der Ecke! Ich werde dich finden! Ja? Ich werde dich finden! Ja! Leute! Outlet! Ey! Pff! Yes! Easy Goal! Oh! Ist abgesaved, einfach schnell reingefahren! Ey! Na, Leon? Ey! Was hältst du? Haut ab, Digga! Das ist der Käfig-Kampf! Mann, gar keinen Bock! Nein! Ey! Komm schon! Ja! Wir müssen uns hier durchquetschen! Brutal rein-struggeln jetzt! Ja! So! Okay, ein weiterer Checkpoint! Haut rein, Digga! Haut rein, Digga! Was ist denn das für ein Scheiß-Auto? Alter! Haut rein, Digga! Ich hab dich ja gar nicht mal in Viren! Oh, Frogs, nein! Frogs, Digga! Ach, Scheiße, Alter! Du hast es doch sowieso nicht geschafft! Du warst viel zu langsam! Ich weiß! Aber das war einfach Psychologie! Ich hab's für ihn dir nicht bestellt! So, Tendo, komm! Juri, dieser Typ, ne? Der Weg der tausend Qualen! Ah, Marc, komm! Das ist der Weg der tausend Qualen hier, Jungs! Pass auf! Okay, ich seh's tatsächlich schon! Ich seh's tatsächlich schon! Alter! Boah, was ist das jetzt mit diesem Bummi-Auto? Digga, das ist halt echt so! Ich will wieder transformiert werden! So, weiter runter hier! Ey, Jungs, ich häng' noch bei der ersten Mission mit den Autos, ne? Ich häng' noch bei dem... Ich hab' nicht mal den ersten Checkpoint mit den Dinger, Digga! Ich hab' nicht mal den ersten Checkpoint mit den Dinger, Digga! Ich hab' nicht mal den ersten Checkpoint! Deno! 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 Kaspar, wie läuft das bei dir? Bro, ich muss gar nichts mehr sagen, Alter! Ich hab' nicht mal den ersten Checkpoint! Das ist einfach das schlechteste Auto in ganz GTA! Ich häng' hier immer noch fest! Digga, du Agi! Ja, voll, Digga! Entspannt! Verdammt! So, und wir werden erstmal den Boost hier nitzeln! Wir hängen wieder dran! Wir hängen wieder dran! Uh! Digga! Ah, Max! Max! Oh, nein! Oh! Was? Er ist hängen geblieben, Digga! Ich stand einfach wieder... Och, Leon! Ich hänge fest! Der Fahr, Junge! Ich hänge fest! Ja, der muss ich jetzt hier... Oh, Max! Ey, Digga, ey! Also, ehrlich! Checkpoint ist schonmal sicher? Nein! Oh! Oh! Jungs! Die Autos fahren sich auch so scheiße! Ich bin ganz ehrlich! Was ist denn da unten, Digga? Sie überschlagen sich! Man bleibt viel hängen! Die haben keine Traktion! Moment mal, Jungs! Moment mal! Ist da... Jungs! Ist da... Ist da unten etwa grad... Das... Das... Das Ziel? Seh ich da das... Das Ziel? Mir fehlen bestimmt noch 20 Checkpoints... Nein! Oh mein Gott! Machst du's eigentlich jetzt immer, Digga, vom Ziel zu warten? Gleich... Gleich fliegt der Kontrolle! Ja! Ich will wenigstens das Auto haben! Ja, gut! Aber ich hab die Ehre, dass ich vom Ziel warte, ne? Nur so... Nein! Ey, Mann! Ein Millimeter vor dem Checkpoint! Ey, Digga! Das ist das beschissenste Rennen, was ich je gespielt habe! Ey, ich will kein DMF kriegen! Das ist okay, aber... Ich schwör, ich krieg den größten DNF des Jahres, Mann! Ich krieg ne Urkunde von Rockstar, Digga! Leon, komm! Wir machen eine Linie! Komm her! Okay, okay, okay! Wir machen eine Linie, Digga, und starten bei drei! Eins... Zwei... Drei... Los! Wo bist du denn, du? Du Asi! Ja! Ja! Ja, Mann! Es kann nicht sein, dass ihr es jetzt fertig habt, wenn ich den ersten Checkpoint 3 unter dich... Bei dir ist nicht mal mehr DNF, bei dir ist einfach in Vergessenheit geworden! ... Vielen Dank.